Servus meine Lieben, es wird wieder Zeit für einen neuen Livestream. Ich habe schon ein paar Mal eingekündigt auf Instagram und auch im Podcast, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir haben einen Termin am 28. Februar um 19 Uhr. Thema wird nach wie vor sein, dass ich euch in der Fotografie gerne weiterbringen möchte. Dazu solltet ihr eure Bilder einsenden, eure Fragen vorbereiten und dann werden wir in der Sendung über die Fotografie sprechen, eure Bilder anschauen, über Bildgestaltung sprechen und wenn du das möchtest, dann werde ich auch in der Sendung dein Bild bearbeiten. Dazu musst du mir dann bitte ein RAW-Bild senden. Wenn du möchtest, dass dein Bild nur inhaltlich besprochen wird, dann reicht mir auch ein fertig bearbeitetes JPEG. Egal welche Variante du wählst, du solltest mir zu deinem Bild vielleicht auch noch ein paar Zeilen schreiben und vor allem solltest du während dem Livestream auch online sein, damit wir in den Dialog kommen. Weil ich werde sicherlich auch noch ein paar Fragen zu deinem Bild haben, zu deiner Bildgestaltung haben, vielleicht auch deine Bearbeitung nochmal hinterfragen und dafür möchte ich gerne direkt mit dir in Kontakt treten. Also, sende deine Bilder per WeTransfer. Die E-Mail-Adresse und auch eine kleine Beschreibung, wie das funktioniert, findest du in dieser Videobeschreibung. Ist total unkompliziert. Sende aber bitte nicht mehr als ein, zwei Bilder, damit wir auch mit allen Teilnehmern auch durchkommen und idealerweise rufst du während der Sendung auch direkt bei mir an. Die Telefonnummer werde ich dann natürlich auch im Livestream nochmal einblenden und dann können wir ganz direkt deine Fragen klären, deine Fotografie verbessern und das bringt uns alle mit Sicherheit weiter. Der Livestream selber findet natürlich wie immer genau auf diesem YouTube-Channel statt. Ist also ganz, ganz einfach daran teilzunehmen. Kostet auch wie immer nichts. Ich hoffe, wir sehen uns. Du darfst gerne auch noch ein paar Freunde einladen und dann sehen wir uns im Livestream. In diesem Sinne, bis demnächst. Macht's gut. Danke. Ciao.